Auf meinem Befehl! Schnell! Gebiet sichern! Gebiet sichern! Bin unterwegs! Erwarte euer Kommando! Augen offen halten! Auf mein Zeichen! Schnell! Mir nach! Mein Greif wurde verletzt! Jetzt erstmal gucken, dass ich die hier wegkriege. Warum zum Töfting hier tut er uns? Hierin schütze er uns! Mal wieder. Bereit für den Klaufen halten! Marschbefehl! Noch ist alles ruhig. Alles gut. Einsatzbereit! Gebiet sichern! Alles klar! Bin unterwegs! Mein Burgen für die Rune! Da kommt schon der nächste Sturmangriff. Es sind zu viele! Ich höre rasch wie der Wind. Los, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! Okay, da kommen die jetzt angerannt. Schnell wie ein Pfeil! Seid auf der Hut! Seid auf der Hut! Los, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! Sie kreisen uns ein! Los, Schwestern! Genau, ihr rett in meine Armee rein. In Windeseile! Rasch wie der Wind! Wir machen eure Türme weg. Auf mein Kommando! Schnell! Und los! Bringen wir es zu Ende! Auf mein Kommando! Und los! So, jetzt ist alles... Und los! ...außerhalb des Tempels eingerissen. Wohin soll ich gehen? Rasch wie der Wind! Das heißt, wir können von dir und von dir die Wegpunkte hierher setzen. Mhm. Ja, und hier sieht's so aus. Schnell! Schau mal einen Greif! Schau mal einen Greif! Das könnten wir einen Großteil des Feindes platt machen hier, ohne Probleme. Schau mal einen Greif! Ja! Folgt mir! Zur Ehre Aonirs! Und los! Und los! Und los! Okay, der da oben kommt auch schon. Hier ist... Hier ist doch was rum. Obwohl! Und los! Erwarte Befehle! Verstanden! Vorsicht! Sie sind hier! Befehle! Befehle! Auf meinen Befehle! Jawohl! Alles klar! Jawohl! Bereit für den Kampf! Auge offen halten! Okay, ich wollte gerade sagen, das könnte... Wen unterwegs! Befehl verstanden! Alles klar! Junits Kosten? Ja, auf meine Befehl! In Gefahr! Feinde! Zu den Bögen! Erwarte Befehle! Erwarte euer Kommando! Feinde! Zu den Bögen! Mein Gleif wurde verletzt! Okay, wir können das letzte... Na, ich vergesse immer das Ding ist hier vorne. Machen. Ah, was habe ich verloren? Eine Windschützin? Machen wir ruhig noch fünf weitere Windschützen. Und fünf Paladine. Vorwärts! Und los! Mein Greif wurde verletzt! Wäre schön, wenn mal Avatar... Gebt das Zeichen! Wäre schön, wenn mal Avatar... ... sich mal nach da oben bewegt... ...dass wir was sehen können. Äh, ich sehe hauptsächlich... ...nur noch Nexus-Gebäude. ja... ... ... ... bereit mir nach was schon mal gut ist bereit für den laufen halten marschbefehl gebiet sicher sie haben es auf uns abgesehen sogar mal ein eis oder was getroppt hatte und los wie viel geld habe ich eigentlich so zurzeit sehr viel geld zur ehre aronius sie haben es auf uns abgesehen oder ist noch ein eiserne trug befehl verstanden bin unterwegs verteidigt euch hier tut sich aber irgendwie gar nichts es sind zu viele erwarte befehle hier folgt mir schnell mir nach in die schlacht jawohl alles klar augen offen halten so weit kann es eigentlich nicht mehr sein ich höre bereit für den kopf offen halten zu stein her so Erwarte Befehle. Augen offen halten. Augen offen halten. So. Ich kann währenddessen hier mal den Seelenstein noch aktivieren. Folgt mir! Schnell! So, dann können wir uns um die hier kümmern. Elends Segen. Jawohl! Elends Segen. Was soll ich tun? Einsatzbereit! Sie haben es auf uns abgesehen. Oh, hier ist wieder dunkel. Sie haben es auf uns abgesehen. Ich gehe... Und los! Vorwärts! So, es ist irgendwie... Geht los! Gebiet sicher! Hierin schütze uns! Auf mein Kommando! Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! So, die Steintreppe hoch. Fortwärts! Fortwärts! Ähm, ja, wird mir irgendwas aufgedeckt? Danke. Ich sehe ja gar nichts mehr. Gebiet sichern! Auf mein Zeichen! Da ist Darius. Und da ist das Portal in den inneren Tempel. Auf mein Zeichen! Sofort! Das heißt, wir haben den Strategie-Spiel-Teil fast fertig. Und los! Folgt mir! Für die Freiheit!